Hallo mein Lieben und schön, dass ich wieder eingeschaltet habe zur Moni's Magical Vlog. Ja, heute geht es endlich mal raus aus der Bude. Heute nehme ich euch mal mit. Und zwar fahre ich jetzt gleich nach Kaiserslautern zum Brina. Da fangen wir dann nach zwei Brücken, um ein paar Fotos zu machen an schönen Locations. Und dann fangen wir zurück nach Kaiserslautern in die Mall. Und gehen in Primark und andere Shops, die es da so gibt, auf der Suche nach Disney-Sachen. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wo es alles Disney-Sachen gibt. Ansonsten seht ihr, ich habe mir heute die Haare mit der Bademantel-Methode über Nacht gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das dauert fünf Minuten abends, damit schlaft ihr dann. Und habt dann im Prinzip natürliche Locken ohne Hitze. Falls euch das mal interessiert, kommentiert mal gerne unten. Dann zeige ich euch das in einem der nächsten Vlogs. Ansonsten habe ich mein Make-A-Wish-Spirit-Jersey gerade an. Und einen schwarzen Rock. Ansonsten seht ihr da einen ganzen Haufen voller Zeug. Baby Yoda, die Mickey Mouse von der Make-A-Wish-Kollektion. Also von Make-A-Wish. Genau. Also sind einige Sachen dabei. Wir haben einige Fotos geplant. Da wir jetzt zur Zeit nicht ins Disneyland können, müssen wir uns andere Locations suchen. Weil Fotos für Instagram brauchen wir immer noch. Also ich fahre jetzt los und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst in zwei Brücken. Da, wo wir die Fotos machen. Ja, übrigens der Lippenstift ist von Kiko von der neuen Christmas-Kollektion. Und zwar die Nummer sechs. Und die haben so einen Diamond Dust drin und ich liebe ihn. Ja, meine Nägel sind eine Katastrophe. Zwei sind abgefallen und ich habe sie bisher noch nicht dran gekiebt. Shame on me. Aber ich habe auch jetzt irgendwie Lust mal die Farbe zu wechseln. Also die Sticker, die Foliefarbe. Genau. Deswegen werde ich die wahrscheinlich alle abmachen jetzt bei der Autofahrt. Und dann demnächst irgendwann eine andere Farbe drauf machen. Aber ich liebe den Lippenstift von Kiko. Brina und ich sind jetzt hier in zwei Brücken angekommen. An der Sternwarte. Brina schon passend im R2D-Zoo-Outfit. Denn, ja, das ist eine Sternwarte, aber angemalt als R2D-Zoo. Ist das nicht cool? Das wusste ich gar nicht. So, wir sind jetzt fertig mit unseren Fotos hier beim R2D-Zoo. Ihr seht, Baby Yoda freut sich. Er hat auch ganz viel Spaß gehabt. Ja, wir haben ein ganz tolles Reel aufgenommen. Wir sehen auch die ganzen Sachen. Ich habe auch die Baby Yoda ordnet. Die habe ich aber aus Disneyland Paris zugeschickt bekommen. Weil bei Shop Disney, ja, Shop Disney waren die mir einfach zu teuer. Deswegen die aus dem Disneyland für 17 Euro. Man sieht schon sehr dämlich darin aus. Ich ziehe es euch gleich mal an. Ja, dann ist mein Baby Yoda Rucksack. Der andere Baby Yoda war auch noch dabei. Und da ist er runtergefallen. Ah, naja. Wenn Kinder immer klettern müssen. Genau. Jetzt zeige ich euch erstmal noch die lustigen Baby Yoda Ohren. Ja, Baby Yoda Christmas Pullover. Den gab es im Primark, ne? Genau. Und die super tollen Baby Yoda One. Ja. Also sie sind gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde sie irgendwie trotzdem ganz witzig. Brina brennt schon da vorne weg. Wir gehen jetzt nämlich erstmal in den Ami-Laden. In den KFI. Den gibt es ja auch in Kaiserslautern im Industriegebiet. Und ja. Brina, was gibt es da alles? Süßigkeiten, Cornflakes, Yankee Candles. Alles aus Amerika. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann mache ich so einen kleinen Haul am Ende des Videos. Aber wir gehen jetzt erstmal auf Toilette mit Brina und dann gehen wir zu C&A und in den Primark. So, angefangen im C&A. Hier gibt es schon einige Weihnachtspullover. Mickey Mouse mit Kopfhörern und schwarzen. Den finde ich ganz, ganz toll. Die kosten übrigens alle 20 Euro. Hier gibt es noch einen mit Daisy. Und einen mit Mickey und Minnie. Hier gibt es jetzt Jogginganzüge. Einmal mit Tinkerbell, Mickey mit Leo und Zebra oder was es immer sein soll. Dann hier so ein Helm und die passenden Oberteile. Der Tinkerbell ist echt schön. Hier im C&A gibt es auch einen Mickey, der aussieht wie der aus der Weihnachtskampagne. Kostet 13 Euro, aber der ist wesentlich kleiner als der von Shop Disney. Und hier werden auch keine 25% an Make-A-Wish gespendet. Also denkt mal drüber nach, ob ihr den von C&A kauft oder den von Shop Disney. Dann gibt es noch hier diesen rosanen Pullover und einen mit Bambi. Und auch den Mickey Cardigan, den Brina gerade wieder umdreht. Magst du den nochmal umdrehen von hinten? Den ähnlichen gab es letztes Jahr schon. Den kostet 25 Euro. Hier gibt es noch einen weiteren Christmas Pullover in Grau. Der gefällt Brina sehr gut. Mir gefällt der schwarze besser. Könnt ihr unten mal kommentieren, welcher euch besser gefällt. Noch ein weiterer Weihnachtskullover hier bei C&A. Also Weihnachtskullover könnt ihr echt hier on must finden. Was ich gut bei dem finde, ist, dass der etwas länger ist. Das mag ich im Winter lieber als die kurzen. Und der kostet auch nur 20 Euro. Aus dem C&A jetzt in den Primark. Und ja, jetzt zeige ich euch, was es alles sonst noch von Disney gibt. Und ja, jetzt zeige ich euch, was es alles sonst noch von Disney gibt. Und ja, jetzt zeige ich euch, was es sonst noch von Disney gibt. Und ja, jetzt zeige ich euch, was es sonst noch von Disney gibt. Und ja, jetzt zeige ich euch, was es sonst noch von Disney gibt. So, ich bin wieder bei mir im Auto. Ihr seht, ich bin richtig fertig. Es war ein sehr, sehr schöner Tag, aber auch anstrengend. Meine Augen tun schon weh von den Kontaktlinsen. Ja, wir waren jetzt doch nur im C&A, im Primark. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, weil ich jetzt nach Hause muss. Mein Freund wartet, weil wir gleich noch zocken werden. Und da habe ich ihm versprochen, dass ich rechtzeitig zu Hause bin. Jetzt hoffentlich geht die Musik nicht super laut an. Ja, aber ich zeige euch später noch auf jeden Fall, was ich noch gekauft habe. Im Ami-Laden, aber auch im C&A und auch im Primark. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt, was ich gestern noch mitgebracht habe. Wie gesagt, ich hatte gestern noch die Kopfschmerzen meines Lebens. Fangen wir an mit C&A. Einmal den Pullover, den hat mir Brina letzte Woche schon mal gekauft. Finde ich echt süß. Und dann noch den, den habe ich gestern mitgenommen, den habt ihr noch gesehen. Und einmal Weihnachtssocken. Was ich an den Pullovern so toll finde, ist, dass sie einfach länger sind. Ich mag nicht, wenn ich an der Hüfte friere im Winter. Das sind die Sachen aus dem amerikanischen Laden. Ich habe das meiner Freundin mitgebracht. Für meinen Freund habe ich noch die Barbecue-Soße. Barbie Honey irgendwas, Mustard Barbecue-Soße. 3,8 Liter, möchte ich dazu sagen, weil es gab nicht die kleine Packung. Deswegen habe ich ihm direkt 3,8 Liter gekauft. Ansonsten, das ist das, was ich mir sonst gekauft habe, eine Yankee Candle. Riecht sehr, sehr gut. Dann hat meine Freundin gesagt, sie schmecken wohl sehr gut. Deswegen habe ich ihr eine Packung mitgenommen und mir. Reese's gehen immer. Ich liebe ja Reese's. Dann nochmal hier diese Nerds in Rainbow. Dann Hershey's Gold mit Peanuts und Pretzels. Und das hier hat Brina gemeint, sind irgendwie so Sandwiches, die man in den Toaster tut. Und dann, ja, hat man Cinnamon Roll Geschmack. Keine Ahnung. Vielleicht schmeckt es total künstlich, aber hey. Probieren geht über Studieren. Dann noch die Sachen aus dem Primark. Wie gesagt, Brina hat mir eigentlich alles schon vorher gekauft. Einmal hier diese dicken Socken für super kalte Tage. Dann dieses Geschenk-Papier-Einpack-Set mit Disney. Diesen Mickey-Haart-Turban. Auch sehr begehrt. Genauso wie hier diese Waschlappen mit Mickey und Minnie. Scheint auch sehr gut zu sein, meinte Brina. Dann gibt es hier vorne noch einmal so Geschenk-Etiketten mit Disney. Zwei Ornamente. Finde ich voll süß. Zwei Mickey-Gerlanden. Einmal in Rot. Und einmal in Rosa. Und dann noch dieser super süße Baby-Yoda-Weihnachtskullover. Der ist wirklich süß. Und da ich zur Zeit nicht vorzeigbar bin, wie gesagt, ich hatte gestern die Kopfschmerzen des Todes und bin noch nicht gerichtet, verabschiede ich mich heute mal anders von euch, von diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mich an diesem Samstag begleitet zu haben mit der Brina zusammen. War wirklich ein toller Tag. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Bis dann. Ciao.